Ich spreche über den Boden ununterbrochen, schon seit 30 Jahren, in verschiedenen Formen. Alle sagen, Sadhguru, das ist toll, das ist fantastisch, und dann legen sie sich schlafen. Also ich dachte, ich muss etwas tun, das sie aufweckt. Da ich kein Amt innehabe, trage ich keine Uniform. Ich bin nur dies. Der einzige Weg, durch den ich Leute dazu bringe, sich aufzurichten, war es also, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Mein Leben auf irgendeine Art, aufs Spiel zu setzen. In den letzten 70 Tagen war jeder Tag eine Herausforderung. Jetzt ist die Welt auf gewisse Weise aufgewacht. 74 Nationen haben sich der Politik zur Rettung des Bodens verschrieben. 2,3 Milliarden Menschen haben über den Boden gesprochen. Ich hoffe, dass auch ihr alle ein Teil davon seid. Und wir wollen es auf 3,5 bis 4 Milliarden Menschen bringen. Denn wenn 60 Prozent der Erwachsenenbevölkerung des Planeten das Wort ergreifen, dann gibt es keine Regierung auf der Welt, die das ignorieren kann. 1,5 bis 4 Milliarden Menschen haben dyeackt. Untertitelung des ZDF, 2020